Warum stimmen Sie nicht zu? Aus einem Grunde. Weil Ihr Koalitionspartner Union das nicht will. Und es ist, ja, das haben Sie aber nie gesagt. Sie haben ja in der ersten Lesung gesagt, Sie haben noch Beratungsbedarf. Über Ihren eigenen Text müssen Sie noch nachdenken. In den Ausschüssen, in den Ausschüssen haben Sie gesagt, Sie wollen mal eine Verschiebung, um noch weiter darüber nachzudenken. Verstehen Sie? Anstatt gleich zu sagen, Sie dürfen das nicht, weil die Union es Ihnen verbietet. Nur, dazu sage ich Ihnen auch etwas. Das ist die entscheidende Frage. Das ist die entscheidende Frage. Die Koalitionsdisziplin ist Ihnen wichtiger als die Erreichung eines so wichtigen Zieles. Und das darf man doch der Öffentlichkeit noch mitteilen. Ein Satz zur FDP. Ich weiß, dass Sie strikt gegen Mindestlöhne sind. Sie müssen da nur erklären, wieso Sie bei Ärztinnen und Ärzten, bei Rechtsanwälten immer dafür sind, nur bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht. Ein Satz zur Union. Sie sind für Kombilöhne. Das heißt, Sie sind für den entscheidenden Staatsinterventionismus. Der Staat soll die Teillöhne bezahlen. Verstehen Sie? Sonst kredieren Sie immer für die Freiheit der Wirtschaft. Aber bei den Löhnen sehen Sie das genau umgekehrt. Und dann argumentieren Sie mit Schwarzarbeit. Frau Kornemann, ich bitte Sie, haben Sie je gefordert, die Warenhäuser zu schließen, weil zu viel geklaut wird? Seit wann lassen wir uns denn von Kriminalität beeinflussen bei unseren Gesetzen? Das ist doch keine Herangehensweise. Nun sage ich Ihnen was zu den Folgen. Laut Statistischem Bundesamt verdienen 3,5 Millionen Vollbeschäftigte unter 900 Euro netto in Deutschland. Es geht um diese 3,5 Millionen Menschen. Und die zukommen, die nur wenig darüber verdienen. Und verstehen Sie, deshalb ist das keine Politshow, sondern für Sie eine ernstzunehmende Frage. Es gäbe eine Mehrheit im Bundestag. Die ist Ihnen nicht wichtig. Ihre Koalitionsdisziplin gegenüber der Union ist Ihnen wichtig. Es geht aber um über 3,5 Millionen Menschen, die entweder in Würde leben können oder nicht in Würde leben können. Und darauf verzichten Sie heute. Und das finde ich ein starkes Stück. Und es ist völlig legitim, dass wir das politisch deutlich machen. In der Gesellschaft und zwar auch zu diesem Zeitpunkt. Dankeschön. Und dann sagen Sie, das Lohnabstandsgebot. Und darauf reiten Sie ja auch herum, Herr Staatssekretär. Darf ich Ihnen sagen, es ist die Linke, die übrigens eigentlich auch mit der SPD bloß, dass sie hier nichts macht im Bundestag diesbezüglich, beantragt hat, dass wir einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland brauchen. Wenn wir den hätten, hätten wir auch das Abstandsgebot. Aber leider bewegt sich ja das Haus nicht. Sie von der Union verhindern den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Und dann stellen Sie sich hier hin und regen sich darüber auf, dass der Abstand zwischen Lohn und Sozialhilfe nicht mehr genügen würde. Das ist schon ein Protest. Stimmen Sie doch zu, dass wir einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn machen. Von 27 EU-Mitgliedsländern haben 20 Länder einen solchen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Nur Deutschland meint, es sei schlauer. Das ist der falsche Weg. Aber trotzdem ist ja die Frage spannend, was machen wir nun eigentlich? Was ist der Maßstab? Und ich finde, Sie haben doch einen Maßstab geschaffen. Sie haben einen Maßstab geschaffen mit Ihrer eigenen Gesetzgebung. Sie legen die Grenzen fest, wann ein Einkommen pfändungsfrei ist. Was heißt denn das, meine liebe FDP? Das heißt doch, wenn es einen Gläubiger gibt, der Geld von einem Schuldner zu bekommen hat, sagt der Gesetzgeber, an die letzten 1.000 Euro seines Einkommens darfst du nicht herantreten. Davon kriegst du keinen Euro. Damit sagt doch der Gesetzgeber bei einem Schuldner, das ist das Minimum, was ihm bleiben muss. Wenn das der Gesetzgeber sagt, dann ist das der Standard für den gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland. Und nicht mehr fordern wir. Denn mit 8,71 Euro die Stunde kommt man monatlich auf 1.455 Euro brutto und dann kommst du netto auf etwa 1.000 Euro. Und genau das ist der pfändungsfreie Betrag. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch bei der Union nicht. Warum regeln Sie den pfändungsfreien Betrag und sagen nicht gleichzeitig, das ist das Minimum, was man in Deutschland zu verdienen hat. Denn wenn Sie dem Gläubiger sagen, er darf an diese 1.000 Euro beim Schuldner nicht heran, dann sagen Sie doch damit, das ist das Minimum, was er behalten muss. Und warum gibt es so viele Menschen, die weniger als von einem solchen Minimum leben müssen. Lassen Sie uns endlich den Schritt gehen, wie 20 Länder der Europäischen Union, die alle nicht dümmer sind als wir und die den Weg gegangen sind, einen gesetzlichen, flächendeckenden Mindestlohn einzuführen. Genau das brauchen wir. Und deshalb können wir Ihrer Flickschusterei nicht zustimmen. Wenn Sie vielleicht noch die Stichworte nennen, die Sie dann in einer späteren Rede im Einzelnen entfalten möchten. Herr Präsident, ich bin Ihnen sehr dankbar. Wissen Sie, es ist immer dasselbe, wenn man hier nicht nur redet, sondern was sagt, vergeht die Zeit zu schnell. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Aber deshalb sage ich Ihnen am Schluss, wir sind für etwas, was Sie gar nicht kennen, nämlich für Steuergerechtigkeit. Und ein Satz zur SPD, ja, die Stichworte lasse ich jetzt alle weg, aber ein Satz zur SPD. Sie stellen ja jetzt tolle Forderungen, wenn ich das so alles höre, was Sie alles wollen. Börsenumsatzsteuer, Begrenzung, Managergehälter, Austrocknung der Steueroasen. Flächendeckender, gesetzlicher Mindestlohn, vieles andere. Immer wenn das hier zur Debatte stand, haben Sie dagegen gestimmt. Und außerdem erklären Sie, dass Sie mit der FDP koalieren wollen. Das heißt, Sie sagen jetzt schon, nichts davon wird Realität werden. Danke. Herr Kollege Wiese, ich hatte eigentlich dieselbe Frage stellen wollen, weil die Tatsache natürlich richtig beschrieben ist von Herrn Stöckel. Wenn Sie einfach mal zur Kenntnis nehmen, wenn wir in Deutschland über Armut sprechen, der Staatssekretär hat das eben gesagt, dann reden wir nicht über Armut, die in Entwicklungsländern passiert, sondern hier in Deutschland. Und wir haben uns alle miteinander irgendwann mal darauf geeinigt, dass Armut ein relativer Begriff ist, nämlich, dass man einen bestimmten Prozentsatz Durchschnittseinkommen erreichen muss. Wenn Sie die Regelsätze erhöhen wollen, erhöhen Sie damit natürlich das, was die Leute bekommen. Und damit haben Sie mehr Leute dann am Ende in der Armut und damit haben Sie eine Steigerung. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn Sie das wirklich machen, Sie erhöhen die Armut. Ich bleibe dabei. Darf ich Ihnen sagen, dass Sie irren, weil es immer um den Durchschnitt der Lohn- und Gehaltseinkommen geht. Da das keine Lohn- und Gehaltseinkommen sind, können Sie das so hoch machen, wie Sie wollen. Das ändert den Durchschnitt der Löhne und Gehälter gar nicht. Also es ist nicht mal statistisch richtig, aber das Entscheidende ist, reale Armut zu überwinden. Lassen Sie mich noch etwas zu Ihrem Vergleich sagen zu den Entwicklungsländern. Ich weiß, Herr Kollege, ich weiß doch, dass die Bedingungen in Deutschland andere sind als in Uganda. Aber Sie können sich darauf nicht ernsthaft herausreden, denn der Maßstab für Hartz-IV-Empfänger ist Deutschland und nicht Uganda und das auch zu Recht. Und deshalb lassen Sie mich aber auf einen zweiten Gesichtspunkt kommen. Gleichmacherei. Ich will Ihnen etwas zu Hartz IV sagen. Eigentlich wird immer den Linken vorgeworfen, dass wir dazu tendieren, Gleichmacherei zu betreiben. Aber Sie machen bei Hartz IV die größte Gleichmacherei in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Das will ich Ihnen beweisen. Nehmen Sie zwei Leute, einen Ingenieur und einen Fördner. Beide arbeiten 30 Jahre. Der eine als Fördner, der andere als Ingenieur. Sie werden mir recht geben, dass Sie sich einen unterschiedlichen Lebensstandard aufbauen, weil der Fördner deutlich weniger verdient als der Ingenieur. Nach 30 Jahren werden beide arbeitslos. Dann bekommen beide ein Jahr lang Arbeitslosengeld. Eins, das sind etwa 60 Prozent dessen, was Sie vorher verdient haben. Damit können Sie so gerade im Kern noch Ihren Lebensstandard aufrechterhalten, aber natürlich einen unterschiedlichen Lebensstandard unter schwierigeren Bedingungen. Ein Jahr später kommen Sie alle und sagen, und ab jetzt gilt für euch absolut das Gleiche. Bei der Größe der Wohnung, beim Sparguthaben, beim Auto generell. Und sagen dem Fördner, du musst doch mal ein Stück runter. Und dem Ingenieur sagen sie, du musst meilenweit runter. Wir behandeln euch völlig gleich. Ich will nur sagen, das ist die größte Gleichmacherei in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Nicht von den Linken angerichtet, sondern von Ihnen angerichtet. Das muss man auch einmal deutlich in der Gesellschaft sagen. Nun haben wir gesagt, wir schauen uns mal die Preissteigerungen an. Was ist daran eigentlich so falsch? Seitdem es Hartz IV gibt, hatten wir Preissteigerungen von 8 Prozent. Sämtliche Steigerungen, die in der Zeit beschlossen sind, liegen unter diesen 8 Prozent. Das heißt, real haben Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger weniger, weil die Preissteigerung größer war als die Steigerung ihrer Bezüge. Ergo muss man doch daraus Schlussfolgerungen ziehen, denn das reduziert die Kaufkraft. Und was Sie nicht verstehen ist, die Reduzierung der Kaufkraft trifft regelmäßig die Binnenwirtschaft. Und das Problem ist, dass wenn Sie Herrn Ackermann wieder 100 Euro mehr geben, dann kauft der nicht für 100 Euro mehr, sondern der spekuliert für 100 Euro mehr. Wenn Sie aber einer Hartz-IV-Empfängerin 10 Euro geben, dann gibt er die auch aus. Das stärkt die Binnenwirtschaft. Das ist der Unterschied, auf den Sie niemals eingehen. Jetzt haben wir Bildungsgeld gefordert. Darauf sind Sie nun immerhin eingegangen. Aber ich muss Ihnen sagen, wenn Sie für Bildungsaufwendungen den Eltern oder den alleinerziehenden Müttern oder Vätern 100 Euro für die Kinder geben, erklären Sie mir doch mal von der Union, warum nur bis zur 10. Klasse. Was haben Sie eigentlich dagegen, dass Kinder von Hartz-IV-Empfängern das Abitur machen? Warum geben Sie das Geld nicht auch für die 11., 12. und 13. Klasse? Der Bundesrat hat es gerade abgelehnt. Und das ist Ihre Verantwortung. Und das ist nicht erklärt. Erklären Sie es den Eltern. Ich kann es denen nicht erklären. Also wir waren beide bei Hartz-Aber-Fair. Zusammen mit Herrn Wobereit von der SPD, mit Herrn Brüderle von der FDP und mit Herrn Kuhn von den Grünen. Und da trat die Mutter auf, die sagte, sie ist nur Teilzeit beschäftigt, kriegt zusätzlich Hartz-IV. Ihre Tochter hat in den Sommerferien gearbeitet, hat sich ihren Traum erfüllt, hat sich eine Gitarre gekauft. Und das Geld wird der Mutter wieder abgezogen. Alle, die wir da waren, Herr K. oder Sie auch, haben gesagt, das muss korrigiert werden. Dann haben wir im September, noch in der vorhergehenden Legislaturperiode, die Korrektur beantragt. Ja, zuhören, meine Herren von der SPD. Sie haben diesen Antrag abgelehnt, zusammen mit der CDU. Die Grünen haben zugestimmt, wir haben zugestimmt und die FDP hat sich der Stimme enthalten. Jetzt haben Sie selber einen Antrag gebracht. Und ich sage Ihnen heute schon, was passieren wird. Wir werden zustimmen, die Grünen werden zustimmen, die Union wird dagegen stimmen und die FDP wird auch dagegen stimmen. So, und damit machen Sie Politik unmöglich. Was sagen Sie denn den Leuten? Sie sagen, als Sie in der Regierungsmehrheit waren, haben Sie dagegen gestimmt. Wenn Sie dann in der Oppositionsminderheit sind, stimmen Sie dafür. Die FDP in der Oppositionsminderheit enthält sich der Stimme. In der Regierung stimmt sie dagegen. Was sollen die Leute damit anfangen? Aber nun hat Herr Lindner in der neuen Sendung ja gesagt, bis Ende des Jahres wird es geregelt. Herr Lindner, warum bis Ende des Jahres? Die nächsten Sommerferien kommen im Juli. Lassen Sie es uns doch vorher machen, damit die Kinder vor den Sommerferien diesbezüglich Bescheid wissen. Drei Beispiele. Also, zwei Arbeitnehmerinnen. Beide haben seit ihrem 35. Lebensjahr in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Beide verdienen, sagen wir mal, 1.790 Euro netto. Das sind keine Geringverdienenden. Das ist schon fast der Durchschnitt. Also, ich will mich bloß daran erinnern. Also, die beiden. Die eine zahlt bei Riester ein und die andere sagt, ach, ich möchte den Beitrag nicht bezahlen. Ich will mir lieber doch mal ein hübsches T-Shirt kaufen. Ich verzichte darauf. Was kommt nun heraus bei diesen beiden? Also, die eine bekommt, die werden am selben Tag Rentnerin, die eine bekommt eine Rente von 500 Euro, die andere bekommt eine Rente von 640 Euro. Und beide können davon nicht leben. Beide erfüllen die anderen Voraussetzungen und beantragen die Grundsicherung. Dann kriegt die eine, um auf die heutige durchschnittliche Grundsicherung von 707 Euro zu bekommen, einen Zuschuss von 207 Euro und die andere von 67 Euro. Dafür hat die eine jahrelang Beitrag bezahlt, um dann dasselbe zu bekommen wie die anderen. Nein, nichts ändern Sie daran, auch wenn die FDP es will. Gelegentlich sagt es auch die Union. Aber Sie machen nichts. Sie machen nichts. Und dann kommt ein drittes Beispiel. Die irrsinnige Lebenserwartung. Also, eine Frau, die vor zehn Jahren im Alter von 35 Jahren einen Riester-Rentenvertrag abschloss, muss knapp 80 Jahre alt werden, bis sie als Rentnerin alle Beiträge wieder einkassiert hat. 80 Jahre. Wenn Sie aber davon träumen, doch eine kleine Rendite zu machen von, sagen wir mal, 2,5 Prozent, dann muss sie 90 Jahre alt werden. Und wenn Sie die, wohl nach Ihrer Vorstellung, dreiste Vorstellung hat, zusätzlich 5 Prozent zu bekommen, neben Ihren Beiträgen an Rente, dann muss sie 128 Jahre alt werden. Das erklären Sie mal den Leuten draußen. Die ganze Riester-Rente ist ein Hohn. Sie muss überwunden werden. Ich muss immer die Frage, dann sagen die, ja, die Linken kritisieren alles, dann versprechen sie mal das Blaue vom Himmel. Alles Populisten, die könnten ja nichts einhalten. Ja, sehen Sie, ich wusste doch, ich wusste. Ja, ich kenne. Verstehen Sie, verstehen Sie. Diese billige Argumentation ist selbst bis zu mir schon vorgedrungen. Aber sie ist falsch. Und zwar ist sie deshalb falsch, weil wir mal einen Vergleich machen müssen bei der Steuer- und Abgabenquote wiederum der 15 alten EU-Ratsmitglieder. Im Schnitt liegt die Steuer- und Abgabenquote bei diesen 15 Ländern bei 40 Prozent. In Deutschland nicht ganz bei 36 Prozent. Vier Prozent weniger. Hätten wir nur den Durchschnitt der alten 15 EU-Mitgliedsländer, hätten wir jährlich eine Mehreinnahme von 100 Milliarden Euro. Damit ließe sich alles finanzieren, was die Linke hier im Bundestag vorgeschlagen hat. Aber was haben Sie stattdessen gemacht? Ja, Sie haben natürlich der Deutschen Bank sind Sie entgegengekommen. Ich weiß, Sie haben die Körperschaftssteuer von 45 auf 15 Prozent gesenkt. Sie sind den Spitzenverdienern entgegengekommen. Sie haben den Spitzensteuersatz der Einkommenssteuer von 53 auf 42 Prozent gesenkt. Das kostet übrigens den Staat jährlich 11 Milliarden Euro. Ja, die sind mal so weg. Jetzt haben wir es ja auch mit einer Bayern-Wahl zu tun. Herr Huber ist ja deshalb auch gekommen. Ist ja völlig okay. Ist ja Ihr Recht. Aber wissen Sie, ich muss Ihnen sagen, eins geht nicht, Herr Huber. Sie können nicht in Bayern immer so tun, als ob Sie in Berlin in Opposition stünden. Verstehen Sie, wir erzählen heute allen Bürgerinnen und Bürgern, dass Sie hier mit in der Regierung sitzen. Nichts hat die Mehrheit des Bundestages seit 2005 beschlossen, was nicht Ihre Zustimmung gefunden hat. Einschließlich der dramatischen und unverantwortlichen Kürzung der Pendlerpauschale. Das ist die Wahrheit. So, dann hat der höchste Gerichtshof, Finanzgerichtshof, der noch seinen Sitz in München hat, gesagt, er hält das Ganze für grundgesetzwidrig. Darauf haben wir gesagt, dann lasst uns doch selber Politik machen. Lasst uns doch diese Schwachsinnregelung zurücknehmen. Wir müssen doch nicht warten, bis das Bundesverfassungsgericht wieder ersatzweise für den Bundestag Politik macht. Und dann haben wir eine namentliche Abstimmung gemacht. Herr Huber, ich muss es Ihnen sagen, alle CSU-Abgeordneten haben im November 2007 dafür gestimmt, dass die Kürzung der Pendlerpauschale erhalten bleibt. Das ist die Wahrheit. Herr Struck, ich habe zunächst mit gewissem Erstaunen vernommen, dass Sie sich bei Herrn Steinbrück für die jährlich 400 Millionen Euro bedankt haben. Zahlt er das privat? Oder ist meine Vermutung richtig, dass er es aus Steuermitteln bezahlt? Dann weiß ich nicht, wieso wir ihm dafür danken müssen. Und Frau Burgbacher, nee, Entschuldigung, Frau Tillmann, Herr Burgbacher kommt noch dran. Frau Tillmann, ich wollte Ihnen nur sagen, Sie müssen mal eine Grundlehre des Haushalts hier benennen. Sie tun so, als ob das Geld, das der Bund zur Verfügung hat, irgendwie durch Gott entschieden wird. Das ist hier der Gesetzgeber, der über die Höhe der Steuern entscheidet und damit auch darüber entscheidet, welche Einnahmen er hat oder welche Einnahmen er nicht hat. Und Sie vergessen zu erwähnen, ich weiß, und Sie vergessen zu erwähnen, dass der Haushalt des Bundes anders geführt werden muss als der Privathaushalt. Im Privathaushalt ist es ziemlich einfach. Wenn wir weniger Geld haben, geben wir weniger aus. Wenn wir mehr haben, können wir mehr ausgeben. Aber wenn der Staat weniger Geld einnimmt, dann heißt das, dass die Wirtschaft schwach ist. Und gerade dann muss er besonders viel investieren. Und wenn er viel einnimmt, dann muss er lernen zu sparen. Und das macht jede Regierung genau falsch rum. Das ist die Wahrheit. Und wie das mit der Wirtschaft ist, werde ich Ihnen erzählen. Ein Konzernchef hat mir gesagt, dass früher immer der zehnte Tagesordnungspunkt bei Ihnen in der Vorstandssitzung der Börsenstand war. Und er sagt, seit Jahren ist der erste Tagesordnungspunkt der Börsenstand, weil der alleine entscheidet, welche Kredite zu welchen Bedingungen sie bekommen. Das heißt, die Finanzwelt beherrscht sogar die Wirtschaft. Es wäre sehr viel sinnvoller, selbst im Kapitalismus, wenn die Wirtschaft die Finanzwelt beherrscht. Auch dort brauchen wir eine Umkehrung. Jetzt ist ja die Frage, gab es unterschiedliche politische Ansätze zur Vermeidung einer solchen Krise oder gab es sie nicht? Ich finde Besserwässerei immer blöde. Trotzdem, es ist Ihr Stil. Entschuldigen Sie mal, es ist Ihr Stil. Sie behaupten ja seit 1949 alles richtig gemacht zu haben. Aber das ist ein schwerer Irrtum der Union. Das kann ich Ihnen... Aber in der Frage hatten wir nun einmal recht. Wir haben immer gesagt, wir brauchen die Regulierung, die internationale Regulierung der Finanzmärkte, weil alles andere in einer Katastrophe führt. Und Sie haben das immer bestritten. Das ist die Wahl. Sie verlangen von uns immer... Ja, ich werde es Ihnen gleich beweisen. Sie verlangen von uns immer Ehrlichkeit in der Aufarbeitung der Geschichte. Haben Sie doch einmal diese kleine Ehrlichkeit hier zu sagen, Sie haben sich zutiefst geirrt. Und die Linken, von meinetwegen ausnahmsweise, hatten recht. Darf ich den Bürgerinnen und Bürgern mal erklären, was Leerverkäufe sind? Da gibt man Geld an die Börse und wettet darauf, dass bestimmte Aktienkurse fallen. Und wenn man Recht hatte, dann gewinnt man Geld. Und wenn man Unrecht hatte, ist man sein Geld los. Sie haben mit dieser Maßnahme aus dem Kapitalismus einen Casino-Kapitalismus gemacht. Nehmen wir mal weitere Schritte. Die Industriekreditbank. Ich bitte Sie, Herr Steinbrück, was haben Sie denn dort jetzt geregelt? Erstens sagt jetzt ein Mann wie Roland Berger, die Rettung wäre gar nicht erforderlich gewesen. Das Institut war viel zu klein. Also darüber kann man schon streiten. Aber das Zweite, was ich spannend finde, ist, Sie stellen 9,2 Milliarden Euro zur Verfügung und bereit für Schäden, die eintreten können. Das sind aber nicht Ihre Gelder. Das sind Gelder der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Dann verkaufen Sie das. Uns gehörten ja 38 Prozent daran. Dann verkaufen Sie das an einer Heuschrecke für ein Appel und ein Ei. Jetzt gehört uns gar nichts mehr. Nun kommt der Höhepunkt. Sie haben nichts geregelt, nichts vereinbart. Wenn diese Bank jemals wieder Gewinne macht und wenn tatsächlich eine Milliarde, fünf oder neun oder wie viel auch immer von uns in Anspruch genommen werden, dass wir dann auch nur einen Cent zurückbekommen. Ich kann das, also ich muss Ihnen sagen, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, Herr Steinbrück. Also für mich beginnt da strafrechtliche Relevanz. Was soll denn sonst Untreue sein? Das ist doch wohl nicht hinnehmbar. Aber nun muss ich erklären, Herr Brüderle, auch wir lehnen das Gesetz ab. Aber aus wirklich völlig gegensätzlichen Gründen, die Sie hier benannt haben. Ich muss das mal sagen. Was Sie hier unter Freiheit und Eigentum verstehen, das müssen Sie mir mal erklären. Wenn ein Bäcker pleite ist, verliert er seine ganze Bäckerei. Da kümmern Sie sich keine Sekunde lang. Aber bei Herrn Flowers kämpfen Sie um sein Eigentum, obwohl er uns die pleiteste Bank der Geschichte hinterlässt. Das ist doch wohl nicht mehr nachzuvollziehen. Was haben Sie denn für einen Freiheitsbegriff? Ja, aber Sie sagen ja nun, das Ganze sei ein sozialistischer Sünde. Nein, Sie haben ein Staatsverständnis, das nicht hinzunehmen ist. Sie sitzen hier im höchsten Staatsorgan der Bundesrepublik Deutschland, im Bundestag. Und Sie können den Staat gar nicht leiden. Der Staat soll zwar alle Schulden tragen, aber er soll niemals etwas einnehmen. Das ist eine so idiotische Einstellung zum Staat, wie ich sie wirklich selten erlebt habe. Das muss man sich mal überlegen. Da legt einer sein ganzes Geld an und bekommt hohe, höchste Zinsen, bevor überhaupt eine Steuerpflicht beginnt. Und dann sagen Sie, für dieses leistungslos erworbene Geld, dafür hat er ja nichts getan, er hat das einfach irgendwo hingetan, bekommt er 25 Prozent. Wenn er für dasselbe Geld gearbeitet hätte, dann müsste er, also nicht bekommt, Entschuldigung, muss er 25 Prozent Steuern bezahlen. Und wenn er für dasselbe Geld gearbeitet hätte, dann müsste er dafür 42, gegebenenfalls 45 Prozent Steuern bezahlen. Wie erklären Sie denn den Leuten, wer arbeitet, muss viel bezahlen, wer sein Geld bloß anlegt und dicke Zinsen macht, muss wenig bezahlen. Das ist durch nichts gerechtfertigt. Durch nichts. Russland handelte zunächst noch völkerrechtsgemäß, als es Süd-Ossetien wieder befreite. Aber es verletzte das Völkerrecht grob, als es Tiflis bombardierte und sich in Kerngeorgien hineinsetzte. Völlig korrekt. Und es verletzte das Völkerrecht auch, als es die Unabhängigkeit der territorialen Abspaltung von Süd-Ossetien und Abrasien anerkannte. Es verletzte das Völkerrecht genauso wie die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, als sie Belgrad bombardiert haben. Und genauso, als sie die territoriale Abspaltung des Kosovo auch noch entgegen einem Beschluss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen beschlossen haben. Nun passiert Folgendes. Jetzt stehen vier Völkerrechtsverletzer da und werfen dem fünften Völkerrechtsverletzer vor, dass er das Völkerrecht verletzt. Da kommt nicht viel bei raus, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. Ich wusste aber, dass sich Putin auf dem Kosovo berufen wird und er hat es auch getan. Und jetzt sagen Sie, Frau Bundeskanzlerin, die Situation ist doch eine völlig andere. Sie verkennen, ja, es kann ja schon sein, Sie verkennen, aber Völkerrechtsbruch ist Völkerrechtsbruch. Meine liebe Frau Roth, fragen Sie doch mal einen Richter, ob ein Diebstahl aus edlerem Motiv im Vergleich zu einem Diebstahl aus unedlerem Motiv kein Diebstahl ist. Er wird Ihnen sagen, es bleibt ein Diebstahl. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Und Herr Struck hat damals erklärt, die Bundesrepublik muss ihre Sicherheit am Hindukusch verteidigen. Nun erklärt Herr Putin, Russland muss seine Sicherheit auf der Krim verteidigen. Deutschland hatte am Hindukusch übrigens keine Flotte und war auch wesentlich weiter entfernt. Trotzdem sage ich, beide Sätze waren bzw. sind falsch. Aber es bleibt auch Folgendes. Wenn viele Völkerrechtsverletzer den Völkerrechtsverletzer Russland vorwerfen, das Völkerrecht zu verletzen, ist das nicht besonders wirksam und glaubwürdig. Das ist die Tatsache, mit der wir es zu tun haben. Dann tagte das Parlament und wählte ihn mit 72,88 Prozent ab. Die Verfassung schreibt aber 75 Prozent vor. Nun sagt Herr Röttgen und andere, naja, bei einer Revolution kann man nicht so genau auf die Verfassung achten, also ein paar Prozentchen mehr oder weniger. Kann man ja alles machen. Nur Putin beruft sich darauf und sagt, es gab nicht die verfassungsmäßige Mehrheit für die Abwahl und stützt sich deshalb auf Schreiben, die Janukowitsch ihm schreibt. Außerdem, bei der Abstimmung im Parlament standen lauter Bewaffnete rum, nicht besonders demokratisch. Und bei der Volksabstimmung auf der Krim kommenden Sonntag stehen auch lauter bewaffnete Soldaten rum, auch nicht besonders demokratisch. Und interessant ist, dass Sie, Frau Bundeskanzlerin, sagen, ein solcher Volksentscheid ist nach der ukrainischen Verfassung verboten. Wann gilt sie denn nun und wann nicht? Bei der Abwahl des Präsidenten gilt sie nicht und bei der Krim soll sie plötzlich gelten. Sie müssen schon wissen, akzeptieren Sie die ukrainische Verfassung als Ganzes oder nur in bestimmten Teilen, wenn es Ihnen gewogen ist. Das ist die Art, die ich kenne und die ich nicht mag. Wenn wir darüber reden, dann müssen wir auch sagen, dass die Besetzung Ostdeutschlands durch die Sowjetunion doch ein Zufall war. Stellen Sie sich einmal vor, die sowjetischen Truppen wären anders gelaufen und wären in Bayern einmarschiert. Dann wäre aus Bayern eine Art DDR geworden. Und Herr Ramsauer würde heute die Kompliziertheit seiner Biografie erklären und wir würden alle leicht arrogant zuhören. Das ist die Wahrheit. Was ich nicht mag, und das will ich damit sagen, was ich nicht mag, wenn jemand, der nur in der Bundesrepublik Deutschland gelebt hat, einer ehemaligen Bürgerin oder einem ehemaligen Bürger der DDR erklärt, wie er in der DDR gelebt hätte, wenn er dort gelebt hätte. Er kann es eigentlich nicht wissen und sollte einen gewissen Grad an Bescheidenheit diesbezüglich an den Tag legen.